Die Firma ist fast 100 Jahre alt. Sie wurde 1919 von Louis Affolter gegründet, dem Grossvater der heutigen Besitzer. Am Anfang produzierte das Unternehmen Zahnräder für die Uhrenindustrie und mit der dritten Generation am Ruder wurde dann die Produktion diversifiziert. Affolter Pinot arbeitet ausschliesslich für die Uhrenindustrie, Affolter Technologies für die Uhrenindustrie und weitere Sparten wie die Mikrotechnik oder Luftfahrtindustrie, welche ebenfalls unsere Produkte verwenden. Wir sind heute 150 Leute. Etwa 100 Personen arbeiten bei Affolter Pinot in der Fabrikation der Zahnräder für die Uhrenindustrie, ca. 40 bei Affolter Technologies und schliesslich ein Dutzend bei Affolter Management. Ich sehe den Hauptvorteil darin, dass wir in manchen Bereichen viel Zeit bei der Verarbeitung von Informationen gewonnen haben. Das ist wichtig. Wenn Sie die Fabrikation organisieren sollen und Sie brauchen zwei Wochen für die Planung und Suche der Dateien, so ist das eindeutig viel schwieriger, als wenn Sie diese Daten mit ein paar Klicks in ein paar Minuten oder Stunden finden. Mit diesem System brauchen wir keine Magaziner. Es funktioniert sehr gut so. Zwar haben wir noch traditionelle Lager, doch dort unten befinden sich eher die grossen Teile. Wir sind ein kleines Team. Man kann den Leuten vertrauen. Mit der Begleitkarte können Sie die Teile selber holen gehen. Aber für das ganze Material? Es wäre schlicht unvorstellbar ohne dieses System. Das ist ein kleines Team. Das ist eine für die Neuse Team. Das ist eine für die Anzahl Season Tomligen. Vielen Dank.